und wir waren nämlich mal schauen hier unten was die anderen verbliebenen wo so machen weil die müssen ja jetzt quasi erstmal irgendwie gucken wie sich hier so ein floß zusammen hacken aus verschiedenen sachen schau mal ist das schön die leute mal arbeiten zu sehen die so haben wir arbeiten die alles geschenkt bekommen technologie sie alles so ist auch mal schön einfach schön arbeiten lassen gar nicht unter druck setzen lassen also wir haben ja zwischen den hand wir haben schön das wetter obwohl sie ein paar wolken aus vielleicht regnet kann man uns mal nicht mal ausziehen hier ein bisschen so sonnen so sieht das schön aus schönen bretter schleppen brauchen sie feuer nein danke ich nur dekoration ha seht ihr mal wie es ist im rauch wenn ich jetzt von dem zombie getötet habe das stört dich gar nicht aha stimmt das so ist das so habt ihr noch ein paar nägel vergessen schnorgel dir gleich ein habt ihr durst oder durst obwohl doch ich hätte gerne flaschen ich habe es genau gesehen was denn nicht lecker das ist das lecker hast du jetzt eh mal von abgebissen und wieder hingelegt machen wir das da ein der drei sekunden regel ne achso abwehrkräfte stärken wie viel wasserflaschen brauchten eigentlich ein paar also ist gerade losgefahren zum händler flaschen kaufen achso hättet ihr immer mein angebot angenommen mit zu trinken dann hättet ihr bestimmt genug flaschen gehabt oder ja aber mehr wir trinken geht ja nicht mal so viel pullern achso die paddels sind im auto und die wasserflaschen habe ich hallo keine gewalt bitte keine gewalt ja ich habe viel wasser getrunken war hier was schlecht hier hast du was zum trinken hör doch mal auf wasser zu trinken was denn los mit der tante ja passt auf dass du die zephyre reinkriegst im morgen den dicksten baum fällen ist klar ja wir wünschen dir viel erfolg bei der überfahrt hier fehlt noch ein brett komm mit Stivi ah ist nicht schön der Sonnenuntergang oh was hier schön ist ich habe echt angst hier rein zu springen ich wohne noch nie in dem Boot spring rein ist ein fels drunter jetzt müsste es aber gehen ja oh sie fahren den flossen schon los ja dann fahr fahr genau herrlich ja wie das aussieht sehr fleißig ja das sieht aus herrlich ich weiß noch nicht wo du hin willst sind die dort echt zu zweit drauf das ist gefährlich ich weiß noch nicht wo die ja das ist doch mal ein romantisches paddeln hier romantisches paddeln im sonnenuntergang ist es nicht schön sieht zwar aus wenn der da zu viel gegessen hat der geht auf jeden fall runter aber gut dann schauen wir mal was der kollege vorne macht die kollegin schauen wir mal wo sie denn eigentlich hin müssen ist auf jeden fall hier drüben können sie zumindest anlegen aber die waren direkt rüber über paddeln ohne großartige umwege werden wir an land gehen ok was ist eine mission möchte dagegen nein du gehst an land und läuft mit denen jetzt mit dem anzug durch die stadt ok hast du anzug dabei ja ich sollte vor uns wieder ausziehen wo sind die am land die kommen land so wir sind langsam an land aha dort sind sie die kollegen sie sind fort ja das ist doch perfekt gut dass ich meine lampe mit habe hier das ist das a und o die lampe ähm wo ist mein köscher äh ach ja ok so in die hand aber aha guten tag schmink schwamm guten tag guten tag guten tag der mit der hellen leuchte sehr schöner seite gepaddel platz im rucksack weil ich krieg mein paddel nicht mit ich habe ihn gerade so untergekriegt soll ich dir helfen ich hätte noch platz nie aber platz vielleicht für für diesen c4 block gerne wenn du mir eine anvertraust hm gut perfekt abmarsch wer ist am arsch der bunker ist in die andere richtung oder jürgen dabei und tag müssen wir hier jetzt in die richtung da oder wo ja ich glaube immer hier ja 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 Die Gruppe wird überrannt von einer Zombie-Horde. Werden sie es schaffen oder nicht? Das sieht dann nach der Werbhause. Ne, Spaß. Paddel gegen Menschen ist natürlich schwierig, aber ein bisschen irgendwie auf die andere Seite. Ich habe da hinten einen Hübler. Da haben wir nichts zu verbinden. Ich hätte da was mit. Was? Ich hätte vielleicht was mit. Und ein Adakas braucht Schmerztabletten, weil der humpelt. Achso. Ne, das habe ich nämlich bloß was zu verbinden. Mist. Achso. Oder? Warte, lass mal kurz gucken. Ne, Mist. Sorry. Nicht dabei. Oh, 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 oh. Hier kommt die Angriffe schon eher. Oh, hier sehen wir noch einen Kampf. Ein wilder Kampf, um zu überleben. Lady Gaga richtet ihn hin. Aufs feinste Wasser. In Kampf. Ein libyscher Kampf. Da bin ich doch vorher auch lang gelaufen. Habt ihr gesagt, ist falsch. Mein Toastbrot ist kaputt. Also doch andere Richtung. Ja, nach da. Ja, mein Toastbrot ist kaputt. Ja, also sonst hat man jetzt auch mal derjenige, der hier am Suche ist und am Machen und am Tun. Ist schon cool. Muss ich sagen. Schon cool, wie die sie gemacht haben. Wie sie den eventuell auf die Beine gestellt haben. Um auch mal die Admins zu bespaßen. Und wie jetzt hätte ich es geahnt. Ähm. Sind wir auch schon im Dusern unterwegs. Und gut, dass ich die Lampe mitgenommen habe. Ach. Drei Kreuze sage ich euch. Da ist Lissi. Da ist Lissi. Der Gaga hat keine Ausdauer. Was? Die Geiles entkommt? Kann hier sein. Sie ist auch ein Festen in der Take-Two. Das kann ich nicht glauben. Jetzt muss jemand re-loggen. Warte mal, ist der wieder hier. Einmal frei. Wenn wir um zwölf fertig werden. Du willst ein Schnitzel. Was hast du trinken dabei? Ja. Kann ich mal einen Stock abhaben? Ja. Alles dabei. Stay hydrated. Ja, danke. Ja, so bin ich halt. So, bitteschön. Hab nur ein bisschen reingespuckt. Ja, ich wische den Rand ab beim nächsten Mal. Trinken. Ich hab von seinem Trinken getrunken. Hab nur ein bisschen reingespuckt. Mhm. Möchte jemand nochmal einen Schluck haben? Ich hab noch eine Flasche mit. Mit drei Einheiten. Ja, Jürgen. Möchten Sie einen Schluck Wasser haben? Ja, gerne. Aber wie gesagt, ja, wurde rausgetrunken. Super. Jetzt haben wir noch zwei Schlücke. Ich hoffe, das werden wir überleben auf der Insel. Wenn nicht trinken wir dein Blut. Weil du bist alleine. Deine Kollegen haben dich im Stich gelassen, wie ich sehe. Nee, nee. Die fliegen hier rum. Ich bin da, um euch zu leuchten. Ja, als du ja ganz alleine hier mit uns auf der Wiese gelandet bist. Hey, vielleicht wäre wirklich wohl schlecht fort. Weiter. Ja, ja, ja. Weiter. Los. Risi ist noch nicht da. Verdammt. Da ist jemand. Haha. Doch nie alleine gelassen. Scheiße. Da ist ja noch einer von Widersch. Ja. Jetzt darfst du nicht mehr. Mach ich eh den Schnips und dann sind sie da. Da hast du nämlich nicht mehr zu sagen. Ihr seid immer noch in der Unterzahl, mein Lieber. Kannst du nicht zählen. Wir haben aber in deinem Rücken ein MG. So, noch Fragen? Aber ich habe einen Paddel, ne? Sei nur vorsichtig. So. 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 So.